Hallo Messerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Heelvideon-Kanal. Ich habe vom guten Miro ein Taschenmesser ausgeliehen bekommen, einen neuen Kaiser Prototypen, nämlich das Modell V44-58A1 mit wohl überarbeitetem Design und anderer Schachtel. Was ich cool finde ist, dass hier so ein Tuch mit dabei liegt. Das ist manchmal nicht schlecht, dass man nach Verwendung wieder mal das Messer ein bisschen sauber machen kann. Ist auch schmal genug, kann man hier einmal durch die Liner hier ein bisschen durchziehen. Das ganze Ding innen ein bisschen entstauben. Also das finde ich eine ganz praktische Zugabe, bevor man sich so brutal verkünstelt mit einer Verpackung, wie gern die Firma Umarex das mit den Walterschachteln macht. Wäre es sinnvoll eine Pappschachtel und lieber noch ein ordentliches Putztuch mit dazu zu legen. Aber ansonsten ist mir die Verpackung ziemlich schnuppe, denn wir wollen jetzt das Messer anschauen. Und bevor wir da auf Details eingehen, würde ich sagen, machen wir mal die Basics. Kurz die Maße von dem Ding. Geschlossen an die weiteste Stelle 11,5 cm. Im ausgeklappten Zustand 20,6 cm. Wir haben eine Klinge von maximal hier runter fast 9,5 cm. Eine brauchbare Schneide von 86 mm. Und wir haben ein Gewicht von diesem neuen Kaiser Abmesser von 113 Gramm. Das entspricht genau 4,0 Unzen. Sehr schön. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, ein bisschen Lust, ein bisschen Spaß das Ding genauer anzuschauen. Der erste Eindruck zählt natürlich immer. Heutzutage kann ich wirklich sagen, es kommt wirklich selten vor, dass ich ein Messer zuerst sehr abstoßend finde und im Nachhinein gefällt es mir doch. Oder andersrum, das ist wirklich so der erste Eindruck, kannst du ein Messer anschauen und in die Hand nehmen und dann weißt du wirklich nach einmal auf und zu klappen. Okay, gefällt mir oder würde ich mir jetzt nicht kaufen. Das kommt auf jeden Fall auf die Seite. Gefällt mir. Und wieso? Ich mag inzwischen eigentlich wirklich so diese schlanken, einfachen, aufgeräumten Designs. Erstaunlicherweise ist die Firma genau für das Gegenteil bekannt. Wenn man sich den Katalog anschaut, da sind sehr aufwendig gestaltete Titanenmesser mit 3D-Fräsungen und dieses Regenbogen-kolorierte Titangedöns und Clips. Miro, du hast ja gesagt, der Clip ist sehr recht einfach und langweilig, aber mir gefällt sowas. Also mir ist so ein Clip zehnmal lieber wie irgend so ein verschnörkelter Schlangenschwanz mit Pfeilen, Kreuzchen und Häkchen drauf und noch in blau Titan anodisiert oder irgendwas. Ne, muss seinen Zweck erfüllen, aber zum Clip später noch. Ja, dieses lange, schlanke, elegante Design und vor allem, wenn dann die Klingen mit drin sind, dass das Ding nicht wesentlich größer aufbaut. Zum Vergleich habe ich hier gerade mal das Sieber Toleranz 0550. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Das mir so eigentlich inzwischen nicht mehr so stark gefällt, diese wirklich großen, massigen Aufbauten. Gerade vom Kaiser gibt es ja einen Haufen dieser Messer mit diesen großen, gigantischen Griffen. Ne, da ist mir doch lieber das schlanke Design lieber. Auch ein Messer, in dem dann mit eingeklappter Klinge das nicht sonderlich größer wird. Hier ein Smallsipenser oder selbst hier der Titan-Worker, ne, wenn man den hier neben das Zero Toleranz stellt. Hier hört das Teil mit Klinge auf, wo hier das Heft hier in der Mitte aufhört, geht ja hier hinten noch weiter hoch, viel wesentlich weiter hoch. Wenn man hier so alles in Höhe stellt, ne, da gehört der schon zu den flachen, eleganten. Hier noch ein guter Vergleich dazu, das Manly, ne, da kann man auch wirklich drauf eingehen. Das sind wirklich zwei so Designs, die wirklich schlicht, einfach, funktionell, geradlinig, nicht zu viel Schnickschnack. Und das Manly, das hat wirklich hier das Comrade zu meinem absoluten Favorit gemausert. Und genau in diese schlichte, einfache, länglich, schmal gehaltene, unauffälliges Design passt sich dieses Kaiser Knife ein. Das ist hier geschlossen, klar, Slip-Joint. Hier haben wir natürlich einen Liner-Lock. Hier haben wir natürlich eine Einhand-Bedienung, hier haben wir eine Zweihand-Bedienung. Auch gleich mal einen Größen-Vergleich, sind sich sehr ähnlich in Größe-Gewicht-Abmessungen. Wobei ich da dann noch sagen muss, dass mir vom Design das Kaiser noch einen Touch besser gefällt wie das Manly. Das ist wirklich ein sehr schönes, aufgeräumtes Messerdesign. Das schon mal so zum ersten Eindruck von diesem schönen, langen, schlanken, eleganten Design. Hat man schon oft gesehen, dass die Griffschalen etwas abgesetzt sind zu den Platinen. Das ist für manche Firmen den Vorteil, sie sparen sich das Nachschleifen, dass es nachher wirklich genau passt. Sie können Platinen-Griffschalen getrennt voneinander herstellen. Die Präzision muss nicht mal so 100% sein. 98% reicht auch, wenn das nachher verschraubt wird und die Platinen sowieso größer sind, dann stört das nicht weiter. Hier ist das aber schon ganz genau präzise gearbeitet, obwohl die Platine eben drunter ein Stückchen drüber schaut. Das ist hier nicht, dass sie weniger Arbeit damit haben, das gehört hier zum Gesamteindruck und Design. Was wirklich schön ist, wenn man sich das mal von der Seite hier anschaut, haben wir oben die Gerade der Platine. Dann geht es in den 45 Grad Winkel runter auf die Gerade des G10 und wieder in den 45 Grad Winkel runter. Und das gibt zusammen eigentlich eine schöne große Kante mit vier Übergängen, die aber wunderschön zu greifen und in der Hand liegt. Aber genau hier kommt der Knackpunkt. Miro, du hast es ja auch schon angesprochen. Da bin ich natürlich im Zwiespalt. Aus Designgründen her finde ich es natürlich toll, dass dieses Messer keine Chimping, Rillen oder sonst was hat oder nicht noch mehr verschnörkelt ist, sondern dass es wirklich so wenig wie nur möglich. Von mir aus hätte auch das Lanyard-Hole nur ein kleines, rundes Loch sein dürfen, beziehungsweise für mich hätte es sogar ganz weg sein können. Ich habe nicht so die Lanyards dran, dass da kein Chimping dran ist. Aber auf der anderen Seite von der Bedienung her, wenn man hier drauf drückt, da man hier wirklich auf den beiden Stahlplatinen fährt wie auf Schienen, hat der Daumen hier absolut keinen Halt. Der rutscht hier haltlos hin und her. Wenn man hier drückt, geht er natürlich nach vorne. Da würde natürlich ein Mikrochimping auf diesen Platinen Abhilfe schaffen, weil die G10 Schalen helfen ja auch nicht mit, da die eben einen Millimeter abgesetzt sind. Also man ist wirklich mit dem Daumen auf den Schienen. So ein Mikrochimping auf dem Platinen würde zwar dem Daumen Halt verleihen, aber würde natürlich mit dem Design brechen. Wenn ich dann die Wahl hätte, jetzt hier bei dem Messer, das gleiche hier unten, der Liner, kann man wunderbar bedienen. Eigentlich würde man mit einem ganz feinen Rillen noch ein bisschen verbessern, aber würde natürlich wieder Unruhe da reinbringen. Wenn ich dann die Wahl hätte zwischen der etwas besseren Handhabung mit Mikrorillen oben und unten oder dem glatten aufgeräumten Design, würde ich mich in dem Fall für das Design entscheiden. Also es ist schon besser, dass es weg ist. Aber es ist natürlich hier ein klein bisschen. Ein paar Rillen bringen manchmal schon ein bisschen halt. Hier habe ich am Rücken so ein bisschen so ein ganz feines Chimping, das gibt natürlich Halt. Aber hier, es ist sauber aufgeräumtes Design. Da stört wirklich nichts das Auge. Das Messer läuft sehr gut. Der Liner rastet eigentlich perfekt ein. Mit seiner ganzen Breite geht er hier drüber. Vermessen wir mal. Die sind ganz ordentlich. Edelstahl, die haben 1,6 Millimeter. Die Klinge hat 3,23 Millimeter. Das entspricht, das sind 0,126 Inch. Also noch eine schöne, schlanke, schneidfreudige Klinge. Flachschliff. Muss man noch ein bisschen abziehen, um dem wieder die letzte Schärfe zu verpassen. Die Beschichtung finde ich nicht mehr so schlimm. Ist ja kein so wirkliches All Black. Das geht ja mehr so ins anthrazitfarbene Coating. Im Lichtspiegel sogar. Fast eher wie ein Silber. Das hier unten ist wirklich eine schwarzmatte Beschichtung. Das ist so anthrazitfarben. Finde ich nicht mehr so übel. Ob ich das in blank Silber wollte. Das wäre nochmal von den Farben dann eben nur schön zweifarbig. Eben hier eine alle silberne Teile. Schwarzes G10 und eine silberne Klinge. Wer weiß, vielleicht bieten sie ja dreifarbig an. Komplett schwarz. Dieses anthrazit und komplett silber. Müsste man mal sehen und nebeneinander halten und vergleichen. Wie es aussehen würde. Die Daumpins finde ich hervorragend. Die sind wirklich sehr gut geformt. Sie tun absolut nicht weh. Das Ding kann man zig mal auf und zu machen. Sind auch schon schön groß griffig. Man greift hier wunderschön hin. Man kann es toll schnippen das Messer. Dann haben wir hier ja oft mal so ein bisschen. Die Pins von Chris Reeves sind natürlich hier arg spitz. Da muss man wirklich nicht. Darf man nicht oben drauf. Das tut mir derzeit weh. Sondern muss man wirklich sauber von der Seite dahinter. Das ist nur reine Übungssache hier. Das kann hier aber nicht passieren. Ob ich da von der Seite oder oben drauf. Das ist egal. Die sind wirklich hervorragend gerundet. Und auch hier überhaupt nicht scharf. Ähnlich vom Aufbau wie die Zero Tolerance Pins. Hier oben so zwei, drei Absätze. Um den Übergang nicht zu scharf machen. Wobei hier die oberste Kante leicht scharf ist. Habe ich hier nicht. Da muss man natürlich viel mehr Masse bewegen. Das ist hier wie dieser schlanken feinen Klinge. Etwas leichter zu bewerkstelligen. Was mir super gefällt ist die Achsschraube. Das ist ein Traum von Achsschraube. Gleichmäßig groß auf beiden Seiten. Und ich mag es eigentlich so rückseite flach. Was ich nicht so mag sind Schrauben von beiden Seiten zu justieren. Das finde ich komfortabler. Auf der einen Seite blank. Auf der anderen Seite ein schöner Torx. Und hier eben die Schraube. Da sind hier unterschiedliche Größen. Da haben wir hier eben gleichmäßig groß und schön groß. Da wird die Kraft auf eine große Fläche verteilt. Das finde ich sehr gut gelöst. Also das ist wirklich eine wunderbare Achsschraube. Nicht zu groß. Es gibt ja welche Sachen die sind wirklich ganz gigantisch. Wie man schon gesehen hat. Ist aber jetzt hier die größte wo ich hier dran habe. Gut hier sind noch mal so große. Das wird natürlich schon wieder ein bisschen unruhig durch die vielen Rillen. Also das ist eine sehr schöne Achsschraube. Dürfte ein 8er Torx sein. Ist relativ groß. Schauen wir mal was habe ich hier noch dran. Vom letzten Mal. Ein 8er. Genau. Schauen wir mal ob das ein 8er ist. Oh ne. Der hat sogar noch ziemlich Luft. Ist das noch nicht nochmal größer. Habe ich überhaupt da einen 9er? Ne das geht hier direkt auf einen 10er. 10er. Ah 10er. Sogar ein 10er Torx. Also schön groß. Die kleinen Schrauben haben wir dann wahrscheinlich. nicht. Das haben wir bei den kleinen. Hier habe ich einen 7er. Nein. Dann wird es wohl 6er sein. Aber ich glaube ausgerechnet 6er. Der mein 6er ist im Eimer. Da brauche ich erst wieder neue. Muss also ein 6er sein. Der fehlt mir. Entschuldigung. Muss noch einen kurzen Schluck Tee trinken. Ich habe es auf dem Hals. Dadurch das ganze Ring nicht mehr sammeln. Ja Miro hat es ja auch schon angesprochen, dass diese Klingenschraube hier ziemlich weit am Rand sitzt. Aber wenn das natürlich die gleichzeitig die Anschlagachse für die Klinge ist. War das wahrscheinlich konstruktionsbedingt nicht anders zu lösen. Sieht natürlich nicht so schön aus. Hier haben wir größere Abstände zum Rand. Die hier geht wirklich bis über den Rand rüber. Was ich aber schön finde. Sie sind ordentlich versenkt. Sie schauen nur minimal drüber. Also man spürt sie noch etwas darüber. Aber sie schauen nicht komplett aus dem Gehäuse. Habe ich hier was anderes. Die schauen ein bisschen stärker drüber. Aber man kann es auch ganz elegant lösen. Hier beim Böker sind wirklich die Schrauben hier AD4 komplett versenkt. Das ist natürlich auch schön. G10 Edelstahlplatin. Ein Detent. Sieht aus wie ein Keramikkügelchen. Metallwascher. Liner verriegelt sauber. So haben wir schon gesagt. So vom Knacken oder Knarzen habe ich jetzt eigentlich hier nichts mehr. Der läuft jetzt wirklich gut. Minimal noch. Aber wie gesagt. Das ist ja noch ein Prototyp. Wenn man da hinten das Ding vielleicht noch mit dem Serienmodell noch ein bisschen poliert. Dann läuft das wahrscheinlich gut. Aber ich meine so ein bisschen festsitzen ist ja nicht schlecht. Vielleicht nimmt man das Messer ja. Muss man irgendwas mit aufkloppen. Hält bestimmt die Klinge sicherer. Sehr schön. Hier haben wir VG10 drauf. Das neue Kaiser Logo auf der Seite. Auf der anderen Seite die Modellbezeichnung. Innen drin keine Skelettierung. Der Clip ist umsetzbar. Sehr angenehme Handlage. Abgesehen vom Clip. Der ist meiner Meinung nach hier hinten viel zu hoch. Der ist zwei Millimeter höher als er vorne aufhört. Und ich denke so hoch wie der Abstand ist. So breit ist keine Jeans Hosen Naht. Dass man einen 5 Millimeter. Also der Innenraum ist 5 Millimeter. Außen steht 6 Millimeter ab. Dass man hier einen halben Zentimeter Luft bräuchte. Den würde ich 2 Millimeter absetzen. Denn hier hat man wirklich wenn man drückt beim Messer eine einzige Druckstelle. Sonst liegt das Messer eigentlich sehr gut in der Hand. Und das ist genau der hier hinten abstehende. Wenn das in der Clip hier parallel vorläuft. Und sich eigentlich keine Druckstelle bildet. Habe ich hier auch nicht. Nach vorne geht flach raus. Das ist ganz gut. Greift gut über die Jeans. Aber ich finde hier hinten dieser Huppel. Der ist zu hoch. Wenn das mein Messer wäre würde ich mir den versuchen den Clip abzuschrauben. Und das Ding rauszubiegen. Mindestens einen Millimeter. Wenn nicht sogar 2 runter. Die Carry ist es nicht. Das Messer schaut aus der Hosentasche. Ein kleines Stück eben. Zum Vergleich. Den Messer hier drauf. Und da gehst du drüber. Der Manly Clip ist hammerhart. Also ein Messer ist wirklich alles hammerhart. So. Zum Vergleich noch einer der Dieb sitzt. Hier. Ja. Schiegel. Toppel. Das ist ja. Wie sehen wir hier nur. Im Moment. Wie sehen wir hier am besten. So sitzen die unterschiedlichen Clips in der Tasche. Das ist noch nicht mal ganz unten. Natürlich sinnvoll wenn das mit dem Lanyard Holder noch ein bisschen raus gucken. Da sollte er nicht ganz verschwinden. Dann kann hier die Schnur eben beim Ziehen helfen. Da ist natürlich eigentlich eine gute Kombination zwischen tiefsitzend und noch Loch. Da sitzt das Griss Reef ziemlich tief und hat trotzdem noch das Loch draußen. Aber das ist groß genug sage ich mal von jemand der nicht mit Clip arbeitet. Hier habe ich noch eine schöne Grifffläche. Ich komme ja noch mit dem Daumen drauf. Und die beiden Schrauben vom Clip helfen mir natürlich das Messer gut zu ziehen. Ja den Clip würde ich noch zwei Millimeter tiefer gestalten. Das ist eine Druckstille. Sonst schöne offene Konstruktion. Gefällt mir. Also das Design ist wirklich sehr ansprechend. Schlank. Schnell. Guter Stahl. Scharf. Gut das ist jetzt schon gebraucht. Müssen wir jetzt noch mal ein bisschen nach abziehen. Aber sonst im Großen und Ganzen. Ein schönes Messer. Ich muss sagen von diesen ganzen chinesischen Firmen. Die in letzter Zeit da wie Pilze aus dem Boden schießen. Haben mir bisher die Messer von Real Steel ganz gut gefallen. Denn die hatten ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Auch vom Alltagsnutzen her. Da gibt es ja noch zig andere Marken gerade am Markt. Die mit ihren schweren Titan Framelock S35VN Modellen. Da gibt es ja gerade glaube ich ein halbes Dutzend. Ich kriege die Namen der Marken gar nicht alle zusammen. Kaiser gehört da auch dazu. War bisher mit diesem großen bunten Riesen-Klopper eigentlich auch gar nicht so auf meinem Radar. Muss ich euch sagen. Das muss ich jetzt sagen. Wenn ich den ganzen Katalog durchschaue. Das ist ja noch nicht gelistet. Das Messer. Wenn ich mir die anderen bisher anschaue. Ist das wirklich das einzige was mir hier wirklich gut gefällt vom Design. Das ist also bisher wirklich mein Kaiser-Favorit. Muss man mögen. Ich mag ja dieses schlichte einfache praktische Messer-Design. Das ist wirklich schön. Hier im zusammengeklappten Zustand. An der höchsten Stelle baut das gerade mal 26 Millimeter auf. Das ist nicht viel. Wenn ich so einen Victorinox. Das ist noch aus der Small Variante. Das ist ein Small Tinker. Das hat 25 Millimeter. Wenn man das hier über die Klinge. Das ist gerade mal ein Millimeter Unterschied. Hier von der Klinge bis über die Aale 25 Millimeter. Hier 26 Millimeter. Das ist schon. Und das ist ja kein 91er. Sondern das die 86 Millimeter oder 85 Millimeter Variante. Das baut nicht hoch auf. Das ist wirklich schlank in der Tasche. Ich habe es heute Nachmittag in der Tasche schon dabei gehabt. Das. Das spürst du überhaupt nicht. Natürlich. Tolles schlankes Design. Das Messer hier an sich. Ohne Clips. Sondern nur über die Griffschalen. Das hat gerade mal 12,26 Millimeter. Und zwei Layer Small Tinker. Hat 13,8. Das ist über einen Millimeter schlanker als ein 2 Layer Small Tinker. Kann man sich mal erahnen. Wie schlank und lang dieses Messer dann eigentlich ist. Hand. Ja gut. Handschuhgröße 9. Da passt auch noch 10,11. Eigentlich für mittlere bis große Hände sogar ausgelegter Griff. Das hat ja auch eine ganz ordentliche Klinge. So eine 9er bis 20,5. Kein kleines Messer. Und wenn man sich das Mandy dazu anschaut. Passt das auch gerade wirklich in mein Beuteschema. Also ein ganz heißer Kandidat. Dass dieses Messer wieder mal eine Chinese ist. Den ich mir kaufe. Vor allem zum Preis. Da steht ja noch nichts Endgültiges fest. Miro hat was erzählt von ca. 70, 80 Dollar. Das wäre ja eine ganz interessante Hausnummer. Denn ich würde mal sagen so über 100 Euro würde ich auf keinen Fall für das Messer bezahlen wollen. Auf dem deutschen Markt. Aber für 75 Euro würde dieses Teil mit Sicherheit mal in meine Messertasche wandern. Überlegt hier sind wir bei 34 Euro. Also dieses Teil hat für viele Messer die Latte ziemlich hoch gelegt. Beziehungsweise den Preis ziemlich weit runter. So eine Bombenqualität abzuliefern mit in Europa für 34 Euro. Da darf sowas nicht 134 Euro kosten. Über 75 Euro könnte man da noch gut reden. Aber sind wir mal gespannt wo es preislich liegt. Kaiser. V44 58 A1. Schöner, eleganter Folder. Wie gesagt mal der Erfolg von dem Messer denke ich mal ist über den Preis zu regeln. Denn ich glaube es gibt viele da draußen die eher auf solche schlichten praktischen Messer stehen. Als die zu arg verspielten asiatischen Titan Frame Locks. Die es ja gerade zu hunderten fast gibt. Und diese Firmen die hauen ja ein Modell nach dem anderen raus. So ein Sebensa wird dann mal über ein Viertel Jahrhundert gebaut. Hier werden ja Modelle im Wochentakt vorgestellt. Da ist mal so ein schlichtes Alltagsdesign ja richtig erfrischend für so eine chinesische Firma. Wenn ich ehrlich bin kann ich die ganzen Monster Titan Lock Frame Lock Folder nicht mehr sehen. Ich finde das ist schon wieder zu viel des Guten. Genauso wie ein Zero Tolerance im Hinderer Design 2012 Furore gemacht hat. Das eben das 0560er Design sage ich jetzt mal. Wie das damals weltweit Furore gemacht hat. Und unzählige Male kopiert wurde. Und inzwischen in 1000 verschiedenen Variationen weltweit von den verschiedensten Herstellern gebaut und nachgebaut wird. Im Moment ist das genauso tot. Also das lockt keine Katze mehr hinterm Ofen vor finde ich. Werden zwar immer noch Woche für Woche Messer in dem Design auf den Markt geschmissen. Aber nee ich finde es geht immer wieder zurück zu alten klassischen angenehmen Formen. Aber vielleicht nur ein bisschen mehr Design und manchmal ein bisschen weniger. Oder einfach zeitlose Klassiker. Einfach auch ohne Schnickschnack. Manly, Comrade. Das ist so ein Kandidat. Und natürlich die guten Victorinox Messer. Tja Leute. Ist jetzt mal ein bisschen länger geworden. Aber man hat nicht alle Tage die Möglichkeit so einen neuen Prototypen anzuschauen. Vor allem einer der momentan so ziemlich in mein Beuteschema passt. Mal schauen wo der Preis hin wandert. Das wird dann vielleicht ein ganz interessantes bruchbares Messer. Ok Leute. Ich sage danke für das reinstecken. Wir werden kommentieren. Der Link zu Miro seinem Youtube Kanal hängt natürlich drunter. Schaut da mal vorbei. Er wird die Videos der anderen Reviews sammeln. Da gibt es gerade eine ganze hohe neue Kaiser Knives die hier so unterwegs sind. Die vorgestellt werden. Und ich habe mich eben für dieses schlanke Modell entschieden das mal anzuschauen. Ok Leute. Danke Miro für die coole Aktion. Alle weiteren Links stehen drunter. Und wir sehen uns hier bald wieder beim Hilgeler auf dem Kanal zum neuen Video. Und bis dahin sage ich Ciao. Und immer schöne Taschenmesserchen dabei haben. Ok Leute. Bye Bye. Macht's gut. Euer Hebel. Euer Hebeli. Euer Hebeli. Euer Hebeli. Euer Hebeli.